ich wünsche allen einen schönen guten morgen herzlich willkommen zu einem kurzen marktupdate der S&P 500 hat in dieser woche versucht über das vorwochenhoch auszubrechen bisher allerdings ohne erfolg wenn es zu einem ausbruch nach oben kommen sollte dann könnte aber auch schnell ein jahres hoch drin sein und welches setup sich da jetzt ergeben am letzten handelstag der woche das wollen wir uns mal genauer anschauen den risikoinweis gibt es natürlich wie immer vorab der handel mit cfds ist mit gewissen risiken verbunden dessen sollten sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen eine handelsentfehlung ausspreche wir legen direkt los wir gehen rüber zum S&P 500 wir sind im wochenchart und es geht erstmal darum die trendrichtungen zu bestimmen langfristig mittelfristig aber auch kurzfristig das ist der langfristige abwärtstrend wir haben seit oktober auch einen mittelfristigen aufwärtstrend und im ganz kurzfristigen bild gibt es eben ja eine klare aufwärtstendenz weil ja schon seit 1 2 3 4 wochen der markt nach oben gedrückt wird wir wollen wichtige marken ja uns anschauen ich habe es schon markiert es geht für den kurzfristigen bereich erstmal darum aus der range der vorwoche auszubrechen also bestätigung des trends würde bedeuten dass das vorwochenhoch geknackt wird wir haben natürlich auch das vorwochentief da hatte der markt kurz davor gedreht wir haben dann darüber ein wichtiges zwischenhoch von dieser abwärtsbewegung viele berührungspunkte wir haben das jahreshoch und wir haben auch noch das augusthoch auf der unterseite habe ich ein zwischenhoch von dieser aufwärtsbewegung markiert warum ist das wichtig solche bereiche könnten im falle von verkaufsdruck als kursziel genutzt werden die jüngste bewegung wollen wir einordnen wir gehen mal runter in den tageschart das ist das vorwochenhoch und hier hatten wir das vor wochentief hier gab es nur kurzfristige bodenbildung das ganze sieht eher nach einer seitwärtsphase aus die frage ist wie wird das jetzt aufgelöst nach oben oder nach unten die bullen lassen aber nicht locker und zwar vorgestern gestern als auch heute im vorgöstlichen handel wird das vor wochenhoch getestet bisher gab es aber noch keinen nachhaltigen bruch wir gehen runter in den m15 und wir werden jetzt hier noch mit den emas arbeiten und zwar werden wir uns den ema mit 20 perioden und einmal mit 50 perioden einblenden lassen und das was vor allem auffällt ist das wenn der markt über den gleitenden durchschnitt notiert dann bewegung rein kommt auf der oberseite wie wir das eben hier kurzfristig gesehen haben oder sie wollen eben versuchen auf der unterseite aktiv zu werden wenn unterhalb der gleitenden durchschnitte tiefere tiefs und tiefere hochs markiert werden wir sehen also hier einen tiefpunkt wichtige widerstands marken der markt wird ja nach oben gedrückt diese bereiche werden durchbrochen es gibt ein crossover und dann bewegt sich der markt eben in höheren hochs und höheren tiefs immer weiter nach oben das bedeutet das umfeld ist trotz dieser seitwärtsphase hier oben noch in einem ja bullischen modus das reicht aber natürlich noch nicht aus um den kauf zu rechtfertigen denn wir sehen dass der markt ja letztendlich hier ein bisschen weiter nach unten abgedriftet ist wir haben einen wichtigen hochpunkt hier oder auch ein bisschen weiter drüber und wenn es eben ein push nach oben gibt dann könnte man versuchen bei der korrektur wieder mit longs zu arbeiten wenn wir allerdings mehr verkaufsdruck sehen dann könnte vielleicht auch im laufe des tages ein richtungswechsel stattfinden was müsste passieren damit der markt wieder für shorts interessant wird der markt müsste nach unten abdriften einen klaren abwärts impuls zeigen und dann müsste der ema mit 20 perioden den ema mit 50 perioden von oben nach unten kreuzen es gäbe ein crossover und dann könnte man erwarten dass der markt eben dann in der folge tiefere tiefs erreicht lasst gerne einen daumen da viel erfolg für heute ich wünsche natürlich auch schon mal ein schönes wochenende mehr details gibt es dann auch wie immer in meinem video von heute morgen den link finden sie unten in der beschreibung viel erfolg und bis zum nächsten mal